Offenbach am Main. Dienstbeginn für die Kommissare Klaus Preiß und Daniel Wenske. Vor zwei Jahren haben sie die Arbeitsgemeinschaft Trup mitbegründet. Trup steht für Tuner, Raser und Poser, ihr Spezialgebiet. Ich denke mal schon, dass heute ein bisschen was gehen könnte. Heute haben sie einen besonderen Auftrag. Wir wissen von sozialen Medien, die wir zugespielt bekommen haben, haben ein Bild gekriegt, dass hier so eine Tuning-Gemeinschaft nenne ich jetzt einfach mal. Wir heute ja irgendwo treffen. Wo es genau ist, wissen wir noch nicht, aber das kriegen wir noch raus. Gut, Funk ist an. Gut. Ist auch fertig? Okay, dann auch. Los geht's. Ein Golffahrer hat online mit seinem PS-Tuning geprahlt. Ihn wollen sie unter die Lupe nehmen. Eine nahegelegene Waschanlage ist ein beliebter Treffpunkt seiner Gruppe. Die Waschen ihrer Fahrzeuge, das wird dann fotografiert, wird dann zelebriert in sozialen Medien, wie TikTok oder Instagram. In den sozialen Medien lassen sich Poser und Tuner gerne für Dinge feiern, die nicht immer legal sind. Aufmerksamkeit bekommen sie dort allerdings auch von der Polizei. Da ist was. Gut, ich fiel sogar. Boah, guck mal hier. Die Tuner-Gruppe ist tatsächlich da. Doch werden die Beamten hier auch den gesuchten Golf finden? Ich fahre nochmal vorne an der Waschanlage vorbei, weil die war ja voll bis oben hin mit Autos. So, ist der gleich da. Da! Da ist er. Ich dreh durch, der ist echt da. Flip aus. Flip aus, er ist da. Das gibt's nicht, ey. Manchmal ist echt... Treffer. Der auffällig folierte Golf steht in einer der Waschboxen. Jetzt müssen die Ermittler nur noch den richtigen Moment abpassen. Ich zeig dir mal das Bild nochmal. 400 PS soll er jetzt haben. Aber ich hab mir geguckt, da ist nix eingetragen worden im Auto. Den Fahrzeugschein des Golf GTI MK8 können die Beamten online abrufen. Eingetragen sind hier die serienmäßigen 300 PS. Ein Tuning auf 400 PS wäre riskant. Wenn das Auto eine Extremsituation bewegt zum Beispiel, kann es halt zu Unfällen kommen. Weil es dann einfach das Steuergerät mit einer anderen Leistung arbeitet, wie er wirklich hat. Und dann kann es halt passieren, dass dann halt dadurch ein Unfall halt passiert. Er fährt durch die Kurve, ESP greift ein, denkt er hat 300 PS, er gibt dann vielleicht ein Radbremst ab, ein anderer Rad wird mehr belastet als mit Leistung. Und dann kommt vielleicht zu viel Leistung an, vielleicht auch zu viel Drehmoment. Und dann kann es auch zum Unfall führen durch ein Ausbrechen des Hecks oder ein Untersteuern, Übersteuern vom Fahrzeug. Weißt du, ich hab das letzte Mal mich mit einem unterhalten und hab gesagt, Jungen, solange ihr sauber bleibt, ist alles cool. Aber wenn irgendwas gemacht wird, entweder eintragen lassen oder die Finger davon lassen. Also dann verstehe ich es nicht, dass er so was macht. Am liebsten würde ich jetzt draufhauen und würde sagen, du kurz mal mit. Eigentlich ja, aber es tut viel. Nein, das können wir nicht machen, es sind viel zu viele da. Von ihrer Position aus sehen sie nicht, was bei dem Treffen passiert. Also wagen sie eine kurze Vorbeifahrt. Nur für einen Überblick, nicht für den Zugriff. Der Golf 8, der war in diesem Moment in einem geschützten Raum. Du hast dann, wenn du da drauf fährst, auch wenn du zu dem nur sagst, fahr doch mal mit, kann es dazu führen, dass du die ganze Community gegen dich aufbringst. Ein guter Löwe wird nie am Wasserloch sein Opfertier holen, weil der Preis, dann kommt ans Wasserloch keiner mehr. Irgendwann wird der Golf die Tankstelle verlassen. Dann können die Löwen zuschlagen. Wenske und Preis observieren verdeckt. Doch sie könnten aufgeflogen sein. Da kommen wieder zwei Personen. Gegen Aufgeteilt. Die Speer könnten den Golf-Fahrer vor der Polizei warnen. Ja, meine, was geht denn hier ab? Kann ich dir mal sagen, was das war, um uns wegzulocken. Ich schätze, da kommen wieder zwei. Ist er das? Doch, das ist er. Das war der. Das war eben gewesen, oder? Ja, das war er. Definitiv war er es. Rechts oder links. Achtung, rechts oder links. Achtung, rechts oder links. Passt. Achtung, hier. Wo ist er? Kann eigentlich nur hier rausgefahren sein. Da sind wir bis zum Zweifel. Das muss er sein. Oh, positiv. Positiv. Das ist er. Ja. Er wird schon wissen, dass wir ihn dran sind. Der ist aber wahrscheinlich ziemlich sicher, dass er aus der Kontrolle in der Mai rauskommt. Genau. Der Mann würde er jetzt schon voll durchgeschleunigen. Meinst du mit seinen 24 Plätzen? Der, der uns so jetzt nicht zeigen will. Jede Kontrolle braucht einen Anlass. Das Posting des Fahrers in den sozialen Medien reicht als Indiz. Dann kannst du dich jetzt aber vorhin setzen, dann ziehen wir ihn runter beim Bauchhaus oder sowas. Das kann man eigentlich unterziehen. Das war natürlich die Lücke klein, gell? Ist wurscht. Zeit für den Zugriff. Der gehört eigentlich einer Gruppierung an, die sich damit rühmen, dass sie nur sauberes Tuning durchführen. Wer dann wirklich da meint, jetzt kann ich tun und lassen, was ich will. Nein, eben nicht. Genau das Gegenteil passiert. Weil dann schauen wir mal ein bisschen genauer hin. Jetzt wieder schauen. Ja. Ich könnte schon sagen, es sei nett. Servus. Alles gut. So, ich bekomme einmal von Ihnen Führerschein und Fahrzeugschein. Was haben Sie sich denn eintragen lassen? Alles. Also Fahrwerk, Felgen, die Anbauteile von Mexen, damals mit AB, sonst noch alles möglich. Was ist denn alles möglich? Alles, also komplette Veränderung. Er hat alles rausgeholt und ich habe eigentlich schon gewusst, das ist eingetragen. Das war mir vollkommen klar und das hat mich eigentlich in dem Sinne auch nicht mehr interessiert. Er wusste es halt nicht. Der Fahrer ahnt nicht, dass die Beamten sein Prahlen in den sozialen Medien mitverfolgt haben. Wollte ich mal ganz kurz miteinander tachen lassen. Und zwar ist uns bekannt und definitiv bekannt, dass dieses Fahrzeug eine Leistungssteigerung erfahren hat. Dieses Fahrzeug? Ja. Das ist uns so bekannt. Dieses Fahrzeug hat nicht mehr die regulären 300 Pferdchen. Dieses Fahrzeug hat zwischen 400 und 420 Pferde. Nein. Das ist nur Show. Da können Sie sogar Riss nicht reinsetzen. Da ist nichts gemacht. Was ist Show? Was ist Show? Es war in Planung gewesen mit PP-Performance, aber das war mir erstens zu teuer gewesen. Und da habe ich es auch sein lassen, weil das Fahrzeug geht jetzt auch demnächst weg. Von mir aus können Sie da ruhig gucken. Also da ist nichts gemacht. Das ist alles serie so. Der hat 300 PS. Das ist ein Clubsport. Der Mann scheint sich seiner Sache sicher. Ein Tuning des Steuergeräts per Datenstick wäre die einfachste Methode. Doch die Schnittstelle ist frei. Ich war immer definitiv, das Auto hat keine 300 PS mehr. Der geht sonst ans Auto mit Maximum und dann geht er auch da ans Maximum. Eine weitere Methode, Tuning per Kennfeldoptimierung ohne externen Stick. Den Beweis bekommen die Beamten aber nur durch eine aufwendige Analyse des Motorsteuergeräts. Vor Ort ist das nicht möglich. Ich sage Ihnen ganz ehrlich eins. Das Problem, wir müssen jetzt davon ausgehen, dass es so ist. Das können wir jetzt durch Handauflegen auf dem Motorsteuergerät jetzt so nicht erfüllen oder erahnen. Deswegen sagen wir es jetzt, wie es ist. Oder der Preis will sagen, was wir jetzt machen. Wir nehmen das Auto mit. Echt jetzt? Ja. Wie gesagt, wir haben Bilder, definitiv. Da steht zwischen 424 Pferdchen, horsepower. Und das nächste ist, man sieht unter anderem auch ein Foto auf der Autobahn, wo die Durchbeschleunigung bis 200 kmh abgenommen wird. Und das ist dieses Auto hier. Okay. Und das ist dieses Auto hier und das ist kein anderes Auto. Ich habe das so Step by Step gemacht und habe gesagt, wir haben aber auch noch ein Foto, wo du auf der Autobahn bist, bis 200 kmh, wie das Auto durchzieht. Und das war definitiv viel schneller wie normal, also gesteigert. Und dann hat man schon gemerkt, jetzt ist er so ein bisschen in der Falle. Oh, krank. Wer weiß das auch noch, ist zwar ein bisschen eine Taktik, gebe ich zu, aber dadurch können wir die Leute auch wieder zu ein bisschen was bewegen. Wir haben uns immer ganz gut unterhalten. Immer gut unterhalten. Und momentan bin ich etwas garantisch, so Ihnen ganz deutlich. Nein, um Gottes Willen, das will ich auch nicht. Die Sache ist ja, Preis, wir hatten mal einen Probelauf gehabt, mit der PP-Performance-Software. Das stimmt tatsächlich. Aber soweit ich weiß, hat der Chip das rausgenommen. Ja, sehen Sie, jetzt hat er plötzlich da. Nein, nein, der hat ja auch schon was gehabt gehabt. Dann habe ich schon gesehen, also du kennst dann schon deine Kandidaten ein bisschen, wie das Zäpfchen ein bisschen zu zappeln angefangen hat, so nenne ich es jetzt mal. Und er dann auch gesagt hat, ja, das war ja nur für Messezwecke und das war ja gar nicht so und das war nur für Messe kurz gesteigert und dann wieder, da wusste ich Humbug. Die haben ein gewisses Ego, einen gewissen Stolz und wenn ich mein Auto mal so modernisiert habe oder so wieder individualisiert habe, dann lässt sich das nicht mehr komplett rückgängig machen. Ich habe ihnen unheimlich viel Vertrauen und alles entgegengebracht und da bin ich momentan persönlich ziemlich enttäuscht, sage ich ihnen ganz deutlich. Haben wir uns wahrscheinlich falsch verstanden? Wir geben uns die Hand wieder, wenn ich weiß, was mit dem Auto los ist. Auch wenn die Beamten den Fahrer kennen und schon oft kontrolliert haben, dieses Mal stellt er die Geduld von Preis und Wenske gehörig auf die Probe. Egal wie das Auto geht, auf jeden Fall mit, auch damit nichts verändert wird, auch auf dem Hänger, auf dem Abschlepper, den holen wir jetzt gleich an, der holt es nach Mülheim. Sie kennen ja das Spiel wahrscheinlich von anderen. Nein, weil wir nicht wissen, was mit dem Auto ist. Nein, wir wissen nicht, was Sie eventuell haben, deswegen würde ich Ihnen jetzt auch untersagen, ein Handy in die Hand zu nehmen. Ach so, ja, klar. Sie nehmen jetzt kein Handy in die Hand. Weil Sie wissen, da gibt es App-Steuerungen, mit denen man wieder was zurückschalten kann, das wollen wir jetzt auf jeden Fall vermeiden. Moderne Softwaremanipulation via Bluetooth oder eigener WLAN-Verbindung. Auch das Handy wird zum Beweismittel und die Liste an Konsequenzen wächst. Für den Abschleppdienst fallen etwa 400 Euro an. Ich will nicht der große Gegner, der Endgegner für die werden, sondern ich will Ansprechpartner für die bleiben. Und ich will nur wirklich die Hardcore, die gehören uns, die gehören raus. Illegales Tuning, Abstreiten, Ausflüchter. Bisher hat der Fahrer sich nicht von seiner besten Seite gezeigt. Ich habe immer noch ein bisschen einen guten Glauben an Sie. Wir machen es jetzt folgendermaßen. Der Kollege fährt mit Ihrem Auto und Sie können bei mir auf den Beifahrerbesitz Platz nehmen. Wenn Sie meinen, irgendwie während der Fahrt gegen mich vorgehen zu müssen oder sonstiges, glauben Sie mir, ich habe ein bisschen Kraft. Sie zwar vielleicht auch, aber habe ich. Und ich habe was an der Koppel hängen. Und je nach Eskalationsstufe würde ich das auch zum Einsatz bringen. Gnade vor Recht. Wer kooperiert, kann bei den Beamten punkten. Und Preis hat ja auch Verständnis. Ich war auch irgendwann mal ein bisschen jünger und habe auch vielleicht ein bisschen anderes Fahrzeug gehabt. Aber ich habe es halt im Rahmen gelassen. Bei mir gab es einen Vergaser, da wo ich vielleicht den Schwimmer oder so umändern konnte. Oder die Ansaugdüsen oder sonst irgendwas ändern konnte. Da habe ich einen Schraubenzieher gebracht. Da habe ich einen Schraubenzieher gebracht, richtig. Schraubenzieher statt Software. Der Fahrer ist Klaus Preis immer noch ein Geständnis schuldig. Also wie viel PS hat er denn? Wie bitte? Wie viel PS hat er denn? Soll ich ehrlich sein? Ja. 3,60. 3,60. Ich habe es mir gedacht. Weil mehr gibt es auch nicht für das Auto. Ja, ich habe es mir gedacht, dass er 3,60 hat. Ja, man kann es in der Schraubenzieher noch. Ach. Jetzt auch offiziell eingeräumt. 60 PS mehr im Vergleich zur Serie. Nicht eingetragen und damit nicht legal. Sie lassen alles eintragen. Wie, Entschuldigung, wie hier in Vornagli muss man sagen. Sie lassen alles eintragen, damit sie sauer sind beim Sheriff. Und dann kommt dieser, wie Sie gerade sagen, Gruppenzwang. Und dann machen sie so einen Scheiß. Und jetzt verlieren sie deswegen das Auto und kassieren ungefähr 2.000 Euro an Kosten. Ja, klar. Trotz Geständnis. Um das teure Gutachten kommt er nicht herum. Gut, das war absehbar. Früher oder später wäre es natürlich gekommen. Weil ich wohne ja auch in Offenbacher Main, dort wo die Herrschaften da ihren Sitz haben. Von daher, wenn nicht hier, dann vielleicht vor der Haustür. Man weiß es nicht. Sie hat mich sowieso gekriegt irgendwann. Früher oder später. Lieber jetzt, dann haben wir es auch vom Tisch. Seine Kooperation zahlt sich aus. Polizei-Hauptkommissar Preiß ist wieder versöhnlicher gestimmt. Jetzt einmal eine Frage. Was hat denn er gekostet? So hat er gekostet 48 neu. 48 neu. Haben Sie sich neu gekauft? Neu gekauft. Neu gekauft. Und dann haben Sie jetzt so, was haben Sie, 15? 15, ja. 15, ne? Ja, gut geschätzt. Ja, gell? Knapp 64.000 Euro hat den Fahrer sein Golf bisher gekostet. Ich glaube, es gibt halt ziemlich viele Golfs, die auf der Straße hier in Deutschland fahren. Aber es gibt halt wirklich nur einen und das ist halt so, wie meiner hier steht, der so hergerichtet ist. Der ganze Stolz des Fahrers befindet sich aber im Innenraum. Das ist tatsächlich mein Sternenhimmel, der dort leuchtet. Und da bin ich ganz, ganz stolz drauf. Schaut zwar ein bisschen verrucht aus, aber schaut gut aus. Jetzt kriegen Sie da wieder die Faust. Wir sind ja eigentlich sehr, sehr gut mit dem Herrn Preiß. Und er ist auch ziemlich zuvorkommend gegenüber uns. Aber man versucht es halt immer wieder mit irgendwelchen Schleichwegen den Herrn Preiß ein bisschen auszutricksen. Aber genau das macht es halt auch aus unserer Beziehung, ne, Herr Preiß? Das stimmt auch wieder, ja. Ja, das ist halt so ein Katz-und-Maus-Spiel. Diesmal hat der Tuner das Spiel verloren. Sein Auto darf er nicht mehr fahren. Als Beweisstück ist es sichergestellt und wird zu einem Gutachter gebracht. Zum Sicherstellungsgelände sind es 15 Minuten Fahrt. Trotz Smalltalk, jetzt wird es wieder ernst. Das geht hier dann definitiv nicht mehr auf eigener Achse raus. Okay, aber was, wenn der Typ dann hierher kommt, der das gemacht hat und das einfach aufsehen? Nein. Nein. Sie müssen, Sie haben jetzt ein großes Problem. Sie müssen die Original-VW-Software aufziehen. Nicht mehr der Typ. Es gibt keine Ghost-Software mehr für Sie. Es gibt nur noch Original-VW-Software. VW-Fahren, einmal sagen, bitte mal das Steuergerät wieder auf Serientustand zurücksetzen. Das müssen die bescheinigen bei VW. Ach so, okay. Okay, das kann man einfach zurücksetzen dann. Das können wir. Kostet auch jetzt. Ein teurer Ausflug an diesem Freitagabend. Allein für das Gutachten und die neue Hersteller-Software kommen mehrere tausend Euro zusammen. Wir haben die Erfahrung gemacht, sie wollen immer mehr. Es reicht nicht. Der Ausruf wird drauf gemacht, der hört sich gut an. Morgen ist er eben dann schon wieder nicht laut genug. Dann wird dann was anderes weggemacht, dann fehlt was und immer weiter. Dann wird er noch tiefer geschraubt. Und noch schneller, mehr Leistung und es geht immer so weiter. So, aber jetzt fahren wir heim. Die Nacht ist spät oder der Tag ist jung. Morgen ist auch nochmal ein Tag. Richtig. Also gut, los geht's. Unfassbar. Unfassbar.